Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigen, die, naja, so ein bisschen was mit den Grundlagen der Elektrotechnik zu tun hat, aber eher mal so ein kleines Logik-Rätsel ist oder eher eine Logik-Aufgabe, wo man gar nicht so viel rechnen muss, eher ein bisschen Verständnis dafür zeigen soll, was hier in dieser Schaltung passiert. Auch das ist ein Beispiel, das mir ein Student mal per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Und wir werfen einen kurzen Blick auf die Aufgabe. Also hier gibt es zwei in Serie geschaltete Glühlampen, das sollen die hier sein, die heißen H1 und H2. Warum die H heißen, keine Ahnung, ich hätte die L genannt, aber kein so richtig gutes kreatives Forschungsvermögen, wofür jetzt diese Abkürzung H stehen könnte, aber egal. So, und die sind jeweils mit einer idealen Diode überbrückt, die hier so parallel geschaltet sind. Kann man sich jetzt darüber streiten, was mit einer idealen Diode gemeint ist. Also nehmen wir mal an, das ist eben eine Diode, die nur in die eine Richtung Strom durchlässt, nämlich so ein bisschen so wie der, also in die Richtung, in die praktisch die Fallspitze zeigt und die in die andere Richtung komplett sperrt. Also die sozusagen eine Richtung einen unendlich hohen Widerstand hat, in die andere Richtung, wie ein Kurzschluss ist, einen unendlich kleinen Widerstand hat und die, tja, auch vermutlich so ist das hier gemeint, überhaupt gar keine Flussspannung braucht, die um sozusagen durchzubrechen. Man könnte sich das so vereinfacht wie ein Ventil für Strom vorstellen, ja, also so wie ein Fahrradventil, da kann ich Luft reinpumpen in den Fahrradschlauch, aber die Luft kommt von alleine nicht wieder raus, so ist das ja auch. Also Strom kann immer in diese Richtung hier, in eine Pfeilrichtung durch die Diode durchfließen, kommt aber in die andere Richtung nicht zurück. So, und jetzt gibt es hier noch zwei Schalter und parallel zu diesen Schaltern sollen auch die Dioden geschaltet werden und zwar so, dass wenn man diesen Schalter schließt, diese Lampe leuchtet und wenn man diesen Schalter schließt, soll bitte schön diese Lampe hier hinbekommen. Leuchten und die Spannung, die hier vorne angeschlossen ist, ist eine sinusförmige Wechselspannung. So, und um das jetzt zu lösen und zu bearbeiten, das Problem nehme ich mal diese Schaltung und kopiere mir die mal hier zweimal rein. Warum zweimal? Ja, weil ich dann für die beiden Fälle, so wie jetzt hier jeweils der Strom fließt, ein bisschen was einzeichnen kann. Und zwar kann ja die Wechselspannung, ich nehme mal hier sehr dicke Stifte, die kann ja einmal positiv sein, sodass sozusagen ein positiver Strom hier in diese Richtung fließt. So, und dann könnte, würde und sollte dieser positive Strom auch diesen Pfad hier lang fließen durch diese Diode, weil diese Diode ist ja in Flussrichtung, wie gesagt, wie ein Kurzschluss oder zumindest wird die da sehr niederohmig, braucht nur wenig Flussspannung, um durchzubrechen. Und der Strom wird dann in diese Richtung auf jeden Fall nicht durch diese Diode fließen, fließt hinten wieder zurück als positiver Strom. Ich mache noch so einen Pfeil und fließt wieder zurück zur Quelle. Strom muss ja mal im Kreis fließen, wird hier von der Quelle angetrieben. So, und also dieser positive Strom, der kann auf jeden Fall nicht durch diese Diode hier durchfließen, weil die ja in Sperrrichtung ist. Der muss durch die Lampe durchfließen und wird diese Lampe zum Leuchten bringen und die Lampe soll ja leuchten, wenn ich den Schalter 1 drücke, wenn der Schalter geschlossen ist. Also kann dieser Strom hier lang fließen und dann muss das ja total egal sein, was mit dem Schalter 2 ist. Also muss ich hier auch eine Diode so einbauen, dass der Schalter hier oben praktisch hier lang fließen kann. Hier hoch und durch diese Diode durch und wieder zurück. Und das heißt, diese Diode, die muss dann so eingebaut sein, dass die eben in diese Richtung zeigt. So, das wäre der Fall, wenn man so will. U von T ist größer 0. Ich habe hier vorne eine positive Spannung anliegen. Ich schließe diesen Schalter, dann wird diese Lampe H1 leuchten, wenn ich den Schalter S1 schließe. So, jetzt kann man sich noch den umgekehrten Fall überlegen. Das mache ich mal in so blau. Also wir haben einen positiven Strom in diese Richtung, der eben hier von der Quelle angestoßen wird, wenn die Quelle U von T kleiner 0 ist. So, und der kann dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang fließen. Der wird auf jeden Fall nicht, der kann nicht hier oben durch diese Diode durchfließen, weil diese Diode ja genau in Sperrrichtung ist. Also muss der hier durch die Lampe H2 fließen. Hier ist es für diesen Strom viel einfacher, durch die Diode in die Richtung durchzufließen. Ich mache hier nochmal einen Pfeil rein, um zu kennzeichnen, in welche Richtung er fließt. So, und diese Lampe H2, die soll ja leuchten, wenn man den Schalter S2 schließt. Also können wir jetzt davon ausgehen, der Schalter S2 ist geschlossen und das heißt, der Strom muss dann unabhängig davon, wie der Schalter S1 geschaltet ist, hier lang fließen können. Und das wird dieser Strom eben machen können, wenn ich eine Diode in diese Richtung hier einbaue, sodass auch da der Strom in Flussrichtung fließt. Also die erste Diode parallel zum Schalter S1, die muss nach links zeigen, wenn man so will, in dieser Schaltung. Und die zweite Diode parallel zu dem Schalter S2, da muss die Flussrichtung nach rechts zeigen in dieser Schaltung. Und dann sollten jeweils beim Schließen von S1 die Lampe H1, beim Schließen von S2 die Lampe H2 leuchten. Aber wenn man ehrlich ist, im Prinzip eben nicht die ganze Zeit, sondern immer nur dann, wenn die Spannung hier unten wirklich negativ ist und wenn die Spannung hier oben wirklich positiv ist. Ansonsten bleibt eben die Lampe einfach aus, weil der Strom in die andere Richtung eben nicht durch diesen nicht geschlossenen Schalter durchkommt. Weil ja dann hier jeweils die Diode sperrt oder hier unten diese Diode sperrt. Das Ganze kann man, wenn man möchte, auch nochmal im Netzwerksimulator LTSpice ausprobieren. Und den habe ich hier schon mal geöffnet. Da mache ich mal eine neue Schaltung auf und baue mir jetzt erstmal diese vier Dioden hin. Da muss ich mal das Fenster noch ein bisschen größer machen, dass ich hier an die Diode rankomme. Ansonsten findet man die auch hier oben bei Edit und Component und Dialed. Und da steht hier unten in dieser Ecke mit STRG R kann man die drehen. Also drehe ich die mal so, dass ich eine Diode 1 so habe. Eine Diode 2 in diese Richtung. Eine Diode 3 wieder in umgekehrter Richtung. Und eine Diode 4 wieder in dieser Richtung. Mit Space kann man das so ein bisschen zentrieren und so groß machen, dass es ganz gut auf den Bildschirm passt. Jetzt braucht man natürlich hier vorn auf der linken Seite der Schaltung eine Spannungsquelle. Die findet man hier unter Component und unter Voltage. Und die schließe ich mal hier links an. Ziehe die vielleicht noch ein ganz bisschen ein Stück nach unten. So und jetzt brauchen wir natürlich eigentlich Lampen. Diese beiden Lampen hier und Lampen gibt es in 80 Spice nicht so richtig. Also zumindest nichts, woran man irgendwie erkennt, da fließt Strom durch und dann fangen die an zu leuchten. Das Einfachste, was wir jetzt hinbauen können, um so eine Lampe nachzubauen, ist eben einfach einen ohmschen Widerstand zu benutzen. Ohmsche Widerstände findet man ganz einfach hier. Und ja, hier zeigt jetzt der Strom nach unten. Ich will, dass der Strom nach rechts zeigt. Einmal gedreht wird er nach links zeigen, nach oben und jetzt nach rechts. Also ich muss die dreimal drehen. Dann baue ich die mal parallel zu dieser Diode hin und den Widerstand R2 für die zweite Lampe parallel zu dieser Diode. So und drückt nochmal Space. Ich brauche noch einen Masseknoten als Referenzknoten, als Bezug für die Knotenspannungsanalyse. Und jetzt fange ich mal an, das Ganze hier so ein bisschen zu verdrahten. Und schalte immer diese Dioden hier mal mit so Parallelschaltung nach oben. Dann geht es hier zu den Widerständen, hier auch zu der Diode, nächste Verbindung zum Widerstand, nächste Verbindung zur Diode, wieder von der Diode zum Widerstand. Ich schieße mal noch ein bisschen nach da und dann muss es wieder zurückgehen zur Spannungsquelle. So wunderbar, jetzt haben wir schon mal den gesamten Stromkreis hier eingezeichnet. Und jetzt bräuchten die Bauelemente natürlich noch ein paar Werte. Den Widerständen gebe ich mal einfach 10 Ohm mit auf den Weg. Irgendwie was, was nicht zu groß und nicht zu klein ist. Und dieser Spannungsquelle gebe ich jetzt zum Beispiel mal als Amplitude einer sinusförmigen Spannung 10 Volt und vielleicht als Frequenz 50 Hertz. Also 10 Volt sollte im Prinzip ausreichen, dass jegliches Diodenmodell durchbricht. Typische Siliziumdioden brechen so bei 0,7 Volt durch. Das sollte dann eigentlich, wenn wir hier nichts weiter einstellen, was das für Dioden sein sollen, sollten das Siliziumdioden sein, dann sollte das so passieren. So und dann kann ich ja erst mal auf simulieren klicken und wir können erst mal gucken, was passiert. Und ich benenne vielleicht vorher mal noch diesen Knoten hier UQ, sodass wir diese Spannung mal plotten können. Also das soll der Knoten UQ sein, an dem unsere Quellspannung anliegt, nun mal so zur Probe. Und klicke auf simulieren und jetzt fragt er, wie lange soll ich hier simulieren? Naja, eigentlich würde eine Netzperiode ausreichen, um hier alles zu sehen. Wir nehmen mal 5 Netzperioden, zum Beispiel 100 Millisekunden. Das sollte ganz gut passen. Ja, so, also wenn ich hier draufklicke, sollte ich jetzt 5 Netzperioden sehen, 20 Millisekunden Periodendauer, 10 Volt als Amplitude. Das passt, das ist unsere Spannung. Und jetzt ist ja hier kein Schalter geschlossen. Also es kann zwar vorwärts ein Strom durch diese Diode fließen und rückwärts ein Strom durch diese Diode, aber in Reihenschaltung sperren die beide. Also wenn ich hier den Strom plotte und hier den Strom plotte, sollte eigentlich nichts passieren. Also ein ganz bisschen Strom sieht man, ist da aber trotzdem da ein paar Picoampere. Ja, weil das eben, tja, keine super, super idealen Dioden sind. Also die sind in Sperrrichtung einfach wie ein sehr, sehr, sehr großer Widerstand. Und durch diesen sehr großen Widerstand kommt dann eben noch so ein ganz bisschen Strom durch. Aber Picoampere ist hier praktisch zu vernachlässigen. Okay, dann nehme ich mal ein Draht und schließe mal den Schalter S1, ja, überbrücke diese Diode. Also jetzt kann ein Strom in Vorwärtsrichtung fließen und diese Diode in Vorwärtsrichtung überbrückt den Widerstand R2. Also sollte, könnte, dürfte, müsste jetzt vorwärts ein Strom fließen können durch den Widerstand R1. Der Strom durch den Widerstand R2 sollte sehr klein sein. Also probieren wir es mal aus. Und sieh da, also wir kriegen wirklich einen positiven Strom durch R1. Der Strom durch den Widerstand R2 ist im Prinzip demgegenüber sehr klein. Da fließt jetzt aber trotzdem Strom, weil diese Diode hier eben, ja, sowas wie, könnte man mal hier kurz die Spannung messen. Ja, dann sieht man, die braucht eben schon so 0,7 Volt irgendwas zum Durchbrechen. Und deshalb fließt dann ein bisschen Strom auch durch den zweiten Widerstand. Wenn das jetzt hier wirklich eine Glühlampe hier drüben wäre, dann würde die vermutlich nicht leuchten. Wenn dann vielleicht so ein ganz, 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 ganz bisschen glühen und glimmen, wenn man in einen sehr dunklen Raum mit dir geht. Also wir schließen diesen Schalter. Die Lampe H1 geht an, die Lampe H2 bleibt aus. Und das Gleiche kann man jetzt nochmal probieren. Escape-Taste drücken, dann kommt die Schere, den Draht wieder wegschneiden. Also nicht Escape drücken, entfernen drücken. Mit Escape kriegt man die Schere wieder weg. Und nochmal eine zweite Drahtverbindung zeichnen, um den Schalter S2 zu schließen. Und nochmal Run drücken. Und dann kriegen wir, wie zu erwarten, eben nur einen sehr kleinen Strom durch den Widerstand R1. Und dafür eben einen, ja in dem Fall negativen Strom, so wie hier unten diskutiert. Das ist ja der Strom, der in umgekehrte Richtung jetzt fließt, durch den Widerstand R2. Jetzt kriegen wir nur die negativen Halbwellen ab. Und das heißt, jetzt würde, wenn wir diesen Schalter schließen, genau diese Lampe leuchten. Und ja, das ist so ziemlich genau das, was hier in der Aufgabe passiert. Und eine einfach Lösung durch Logik und kleine Probe in LTSpice, wie sich das hier so verhält. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.